Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns ein Supporter-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Itemshop unten rechts in der Ecke auf Supporter-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu eintragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Itemshop vom 8.9.2019 und wir haben heute ein neues Itemshop, zwei neue Itemshop, einmal ein neues Itemshop, also zwei neue Itemshop, guck mal, und das U ist wieder falsch gesetzt. Winkl-Fluss, herzlichen Glückwunsch, wir fangen an mit Ack, Zakria. Krieg von mir, 8 von 10, bei 2.9.2020, wir fangen an mit Ack, Zakria. Wir fangen an mit Ack, Zakria. Von mir, 7 von 10. 4,025 bei 237 Wochen, also 11. Januar 2019, wie sie sein, sie mal noch 172 Wochen ist himmlisch. Himmlisch, schöne Lackierung, himmlisch schön, kriegt von mir 7 von 10. 10 von 10. 4,825 bei 11. Januar 2019 im Shop gewesen, seitdem 7.45 Reminders, dann kommen wir zu Melker. Den liebe ich persönlich, ich weiß, dass er nicht so gut bewertet wird, aber ich habe ihn mir selber geholt, 10 von 10. Von mir, auch wieso spielst du ihn eigentlich nicht mehr? Weil er zu mächtig ist, das heißt also zu groß und ich bin auch manchmal mit meinen Hörnern irgendwo hängen geblieben und das ist nicht schön. 10 von 10. Du müsstest euch vorstellen, da hängst du plötzlich irgendwo im Brett drin und kommst nicht mehr weiter. 3,065 bei 34 Wochen, also 27. Januar 2019 im Shop gewesen, seitdem 7 mal und 33 Reminders. Böser Blick? Böser Blick finde ich nicht so gut, kriegt von mir 7 von 10. 5 von 10. 3 von 5 bei 23 Wochen, also 27. Januar 2019 im Shop gewesen, seitdem 7 mal und 13 Reminders. Dann, oh, ja natürlich, den könnt ihr auch natürlich usen. Dann gut schütteln. Jawohl. Böhm, 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 Böhm. 9 von 10. 10 von 10. Ai, 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 ai. 4 von 5 bei 18 Wochen, also 1. September 2018 im Shop gewesen, seitdem 6 mal und 19 Reminders. So, Träumerfüße auch mega geil. 500 Vibax, 10 von 10 von 10 von mir, ja. 4,35 bei 30 Wochen, also 1. 13. April 2019 im Shop gewesen. seien sie mal 36 und man das rote verteidigerin ist gar nicht die fände fahrt und dann wie man es noch mal in stil reinschauen damit der 18 jeder kette von mir auch kriegt sie auch von mir 8 von 10 er hat eine melotung von 3,9 95 bei 90 wo es war 25 2018 im schock gewesen sein 29 mal 100 8 und man das dann kommen wir die volleymeisterin von mir 6 von 15 4 5 bei 57 wo zuerst beim 6 6 januar 2019 im schock gewesen seitdem acht mal 48 reminder ist eisbrecher mega reise verzehrt kriegt vom bus ich bin mir gekauft hier ok kriegt von mir 7 von 6 von 10 3,9 35 bei 54 erst mal 6 6 6 16 jahre 2018 im schock gewesen sein 35 mal 119 dann kommen wir zu winkel fuß ja klicken sie mal da bitte durch die modelle durch ein winkel fluss für 500 die packt das sieht eigentlich ganz nice aus irgendwo ja da sieht es gut aus bei der roh da sieht es auch gut aus das ist ja kriegt von mir auf jeden fall 9 von 10 14 15 bei 2 wo zum 2 meiners dann kommen wir zu und dann kommen wir zu der astro astro das war mir dazu aber auch ein gambling so am an rechts welt für 15 wie bachs so man sie mal bitte an die herausforderung 1 schon mal hier schließen gemini gemini herausforderungen ab ok kriegen sie mal drauf auf die und dann gehen sie mal rüber ohne über das darüber zu haben genau nein jetzt sind sie wieder auf dem drauf so und na gut naja jetzt geht das geht selbst zurück ja das ist doof nicht gut gemacht so ja finde ich persönlich was ist denn da hinten ist ein häschen drin ja gehen sie mal daran achten gucken sie mal das häschen erinnert mich irgendwie an max von sam und max kriegt von mir sieben von zehn drei kaufeln von fünf bei sechs worts und 29 kümmern das wenn es euch gerne wir müssen erstmal den shop werden der shop krieg von mir da wird ganz klar definitiv auch von mir ein lobet 1.000 dimension von sieglerwitz 1.000 624 jetzt mehr und 3137 jetzt die nicht verständlich also das mal ist keine 3100 ja bis dahin und